Hallo Freunde, es ist Frühling, es ist Frühling. Die Sonne scheint, die Blumen blühen, es ist warm, es ist Frühling, der Frühling. Es ist so schön warm. Guckt mal, was ist das? Was ist da am Himmel? Eine Wolke. Das ist eine Wolke. Wie viele Wolken siehst du? Kommt, wir zählen die Wolken. Eins, zwei, drei, vier. Vier Wolken. Ich sehe vier Wolken. Ich werde nass. Es regnet. Es regnet. Ich werde nass. Oh nein, der Regen. Es regnet. Was brauche ich? Was brauche ich? Ich werde nass. Was brauche ich? Was brauche ich? Einen Regenschirm. Einen Regenschirm. Ich brauche einen Regenschirm. Welche Farbe hat der Regenschirm? Der Regenschirm ist rosa. Der Regenschirm ist rosa. Es hat aufgehört zu regnen. Ich brauche keinen Regenschirm mehr. Die Sonne scheint. Ich brauche keinen Regenschirm. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, wie schön. Was ist das? Ein Regenbogen. Das ist ein Regenbogen. Der Regenbogen. Wie schön. Der Regenbogen ist schön. Welche Farbe hat der Regenbogen? Der Regenbogen ist bunt. Der Regenbogen ist bunt. Kommt, wir bauen einen Regenbogen zusammen. Kommt, wir bauen einen Regenbogen. Welche Farbe kommt als erstes? Lila. Als erstes kommt Lila. Welche Farbe kommt als nächstes? Blau. Als nächstes kommt Blau. Welche Farbe kommt als nächstes? Grün. 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 Als nächstes kommt Grün. Grün. Welche Farbe kommt als nächstes? Grün. 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 Unser Regenbogen ist fertig. Guckt mal, vom ganzen Regen ist eine Pfütze entstanden. Da ist eine Pfütze. Guckt mal, eine Pfütze. Eine Pfütze. Magst du es in Pfützen zu hüpfen? Hüpfst du gerne in Pfützen? Mit schönen Regenstiefeln an. Dafür brauchst du Regenstiefel. Guckt mal, Regenstiefel. Die Pfütze der Regenstiefel. Guckt mal, wie süß. Guckt mal, ein Marienkäfer. Guckt mal, ein Marienkäfer. Der Marienkäfer. Komm hier, Marienkäfer. Komm auf meine Hand. Guckt mal, der Marienkäfer. Der Marienkäfer ist auf meiner Hand. Welche Farbe hat der Marienkäfer? Rot und Schwarz. Der Marienkäfer ist rot und schwarz. Guckt mal, er hat schwarze Punkte. Okay, wir lassen den Marienkäfer wieder gehen. Hier, Marienkäfer. Tschüss, Tschüss, Marienkäfer. Tschüss. Guckt mal. Was ist das? Was ist das? Eine Schnecke. Das ist eine Schnecke. Die Schnecke ist langsam. Komm hier, Schnecke. Komm auf meine Hand. Guckt mal, die Schnecke ist auf meiner Hand. Die Schnecke. Welche Farbe hat die Schnecke? Die Schnecke ist lila. Die Schnecke ist lila. Komm, wir lassen die Schnecke wieder gehen. Hier, Schnecke. Tschüss, Schnecke. Tschüss. Okay, Freunde. Wenn ihr möchtet, könntet ihr jetzt rausgehen und nach Dingen suchen, die wir heute gelernt haben. Vielleicht findest du einen Marienkäfer oder eine Schnecke. Das wäre toll. Oder einen Regenboden. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. If you liked the video, like and subscribe.